WM-Gruppe B Erst in der Nachspielzeit müht sich Titelanwärter Spanien gegen Marokko zu einem Remy. Der Weltmeister von 2010 steht dennoch im Achtelfinale und geht einem dicken Brocken aus dem Weg. Der Kitaka alleine reicht nicht. Trotz deutlicher Überlegenheit hat es für Mitfavorit Spanien bei der WM 2018 erst in letzter Minute zu einem 2-2-1-1-Remy gegen Marokko gereicht. Dank des 1-1-1-Remy der Protugiesen-Jegend in Iran steht das Team von Trainer Fernando Hero dennoch als Gruppensieger im Achtelfinale. Die tragische Figur des Abends war Sergio Ramos, der Innenverteidiger und Champions-League-Sieger von Real Madrid leitete erst mit einem dicken Patzer die Führung für die bereits ausgeschiedenen Marokkaner ein. Auch vor dem zweiten Treffer der Nordafrikaner sah der Kapitän schlecht aus und verlor das Kopfball-Duell mit dem Torschützen Yusuf N. Nezuri. Sergio Ramos, er, im Duell mit Norden am Rabat, auch beim zweiten Gegenteuer sah der spanische Verteidiger nicht gut aus. Quelle, Fabrizio Ben-Schrägstrich Reuters. Durch den Ausgleich per Videobeweis in der Nachspielzeit und den späten 1-1-Treffer der Iraner gegen Portugal geht Spanien im Achtelfinale dennoch einem dicken Brocken aus dem Weg. Statt Uruguay geht es für die Iberan und Gegengastgeber Russland. Erst zweiter, dann erster, da sieht man, wie eng alles zusammenlügt. Aber wir dürfen dem Gegner nicht so viele Freiheiten lassen. Wir müssen uns steigern, sagte Spaniens Trainer Fernando Hero mit Blick auf die Partie am Sonntag gegen die Russen. Sein Gegenüber Herr Verenat wirkte zufriedener. Wir können stolz auf unsere Mannschaft sein. Es war ein magischer Moment. Natürlich hätten wir die WM gern mit einem Sieg abgeschlossen. Dennoch wird sie uns immer in Erinnerung bleiben, sagte der marokkanische Trainer. Anderes Inista und Co. Begannen wie gewohnt druckvoll und mit viel Ballbesitz, doch sie erlebten schnell ein böses Erwachen. Nach einem Missverständnis zwischen Anderes Inista und Sergio Ramos am Mittelkreis schnappte sich Butaip den Ball, lief alleine auf David de Geerze und traf durch die Beine des spanischen Keepers ins Tor. Es war der vierte Schuss im Turnierverlauf auf de Geers Kasten, und das vierte Tor. Spanien reagierte mit wütenden Angriffen und hatte schnell Erfolg. Nach feiner Vorarbeit von Inista schoss Ischko den Ball aus fünf Metern fast wütend unter die Latte. Doch wer dachte, der Ausgleichstreffer sei der Auftakt eines gemütlichen Spaziergangs der Ibera, wurde schnell eines Besseren belehrt. Die Abwehr um Kapitän Ramos blieb enorm anfällig, in der 25. Minute ließ sie sich von einem schnellen Einwurf in den Lauf von Butaip überraschen, der einst Doppelpunkt-Null-Schützer hatte seinen zweiten Treffer auf dem Fuß. Doch die Geer barrierte, erstmals und Russland, glänzend. Marokko wehrte sich tapfer, phasenweise aber auch mit grenzwertiger Härte. Mbark-Busefa kassierte in der 31. Minute schon als vierter Marokkaner eine gelbe Karte. Sechs Minuten später vergab Sergio Busquets die große Chance der Spanier zum 2-Doppelpunkt-1, der Mittelfeld-Strategie vom FC Barcelona köpfte nach einer Ecke völlig freistehend über das Tor. Gigo Costa fehlten nach einer Heerangabe von Inista kurz vor dem Halbzeitpfiff nur Zentimeter zur Führung. Nach der Pause präsentierte sich den 33.973 Zuschauern dasselbe Bild, Spanien drückte. Marokko blieb gefährlich, auch durch Unachtsamkeiten der Spanier. In der 50. Minute profitierte Busefa beinahe von Abstimmungsproblemen zwischen Ramos und Degere. Weitere fünf Minuten später hatten die Europäer noch wesentlich mehr Glück, nur Redena am Rabatt traf mit einem fulminanten Schuss von der Strafraumgrenze nur das Lattenkreuz. Die afrikanischen Fans auf der Tribüne feierten eine wilde Abschiedspartie, die auch eine spektakuläre Rettungstat von Garnem sei es auf der Linie nach einem Kopfball von Ischko, 62., nicht stoppte. Noch lauter wurde es nach dem erneuten Führungstreffer. Dann kam es Pass und ließ auch Spanien nochmal in der Nachspielzeit aus. Zwar hatte Schiedrichter Rostschen-Ermete zunächst auf Abseits entschieden, nahm der Entscheidung aber nach Intervention des deutschen Videoassistenten Felix zwar zurück. Liebe Leserinnen und Leser! Leider können wir Ihnen nicht zu allen Artikeln einen Kommentarbereich zur Verfügung stellen. Mehr dazu erfahren Sie in der Stellungnahme der Chefredaktion. Eine Übersicht der aktuellen Leserdebatten finden Sie hier. Gerne können Sie auch auf Facebook und Twitter zu unseren Artikeln diskutieren. Ihr Community Team